Ihr Kniften, ihr Gören da draußen, herzlich willkommen in Battlefield 1. Ich finde, ich sollte vielleicht doch nochmal zurückgehen, weil für die Mission ist es vielleicht nochmal interessant. Das mache ich jetzt vielleicht nochmal. Oder, nee, warte, Mission neu starten. Ja. So machen wir es. Von der Story her müsste das jetzt sehr, sehr interessant sein, für den Fall, dass ihr das zuvor nicht gesehen habt. Tja, du dachtest nicht, dass wir rechtzeitig hier sein würden, um dich zu stellen, oder? Lawrence von Arabien. Eigentlich hatte ich fest darauf gehofft. Hey, Lawrence! Das ist ja raffiniert. Nun wird der Jäger zum Gejagten. Also, wer bist du? Wirklich sehr amüsant, meine Liebe. Achmed. Amüsant? Gäbe es keine Männer, wie sie, wäre ich frei. Frei also? Du bist frei, wenn du stirbst. Und ich verspreche dir, das Reich wird euch allen diese Freiheit schon sehr bald schenken. Während wir hier stehen, flügt deine Bestien durch die Wüste. Eure Freunde, Familien und Häuser, ebenso vernichtet wie eure Schlupfwinkel. Bald könnt ihr nirgends mehr hin. Es ist vorbei. Bald ist alles, was ihr kennt. Und lebt. Nur noch Asche. Und dann habt ihr eure Freiheit. Und sterbt. Ihr Bestien! Sarah! Ich weiß, dass du dir nichts mehr wünschst, als diesem Mann die Haut von den Füßen abzuziehen und ihn nackt in die Wüste zu jagen, damit er krediert. Bedenk es nochmal. Du hast recht. Es tut mir leid. Meine Freundin hier ist mitunter etwas schwoff. Sie werden mir jetzt sagen, wie wir ihren Zug erreichen. Damit er uns in die Falle geht und zerstört werden kann. Unmöglich. Um überhaupt mit dem Zug kommunizieren zu können, bräuchtet ihr ein ganzes Buch voller geheimer Codes. Oh, sie meinen dieses hier. Ihr werdet den Fortschritt niemals aufhalten. Eines Tages wird die ganze Welt nach eurem Land und dem schwarzen Gold unter seinem Sand greifen. So, eigentlich habe ich nicht damit gerechnet, dass nochmal das komplette Video vom Anfang da gezeigt wird. Weil ab jetzt ist es erst eigentlich interessant und wichtig. Ich reichte die Beschaffung des Kotbuchs nicht aus. Das ist wichtig. Um diesen eisernen Drachen zu zerstören, diesen Kanabar, wie die Osmanen ihn nannten, mussten wir mit drei verschlüsselten Befehlen seine Gefechtsbereitschaft hervorrufen. Die Osmanen hatten entlang der Eisenbahnlinie mehrere Außenposten errichtet, deren Kommandeure Kapseln für vordringliche Nachrichten bei sich trugen. Wir mussten unsere Befehle in diesen Kapseln verschicken, da sie der Zug sonst nicht akzeptiert hätte. Es würde nicht leicht werden, das Dorf zu infiltrieren, nachdem sich dort eine Abteilung osmanischer Soldaten häuslich eingerichtet hatte. Die Osmanen haben einen abgelegenen Wüstenposten eingerichtet. Er ist nur leicht verteidigt, aber bestens mit Waffen und Fahrzeugen ausgestattet. Sie rechnen offenbar nicht mit einem Angriff. Die ganze Ausrüstung könnte nützlich sein, falls du sie verwenden möchtest. Die antiken Ruinen waren alles, was noch an eine längst vergessene Zivilisation erinnerte. Inzwischen hatte die moderne Welt des Osmanischen Reiches in Form von Panzerfahrzeugen und Feldgeschützen dort Einzug gehalten. Drei Kommandeure mussten eliminiert, drei persönliche Nachrichtenkapseln gestohlen und mit unseren falschen Befehlen auf die Reise geschickt werden. Ruinen fangen wir an. Wie Sarah diese gefährliche und tollkühne Mission meistern würde, blieb ihr überlassen. So, mein Pferdchen kann ja erstmal hier oben bleiben. Ähm, ich frag mich gerade, wenn sie echt so einen Zug stoppen wollen, warum hauen die nicht einfach die Gleise kaputt? Also, wo ist das Problem? Die Gleise... Aha, aha. Aber sieht das geil aus? Wie das alles hier funkelt, guckt euch mal das Licht auf der Knarre an. Fahre ich voll drauf ab, ne? Und hier ab und zu meine Sternschnuppe. Ich versuche es jetzt wirklich mal richtig zu spielen, ja? So wie es Sinn macht. Da wirklich mal schön leise mit ranschleichen und so. Da kommt schon einer. Okay, hier so aus der näheren Textur, ne? Matsch. Wenn man es so aus der Entfernung sieht, ist alles cool. Jetzt komm, verpiss dich. Scharfschützengewehr. Ja, sehr schön. So. Das ist der Kommandeur, ja? Ja. Ah, fuck. Und schon habe ich zu viel Krach gemacht. Gut, ich bin sicher. Was haben wir denn hier? Nehmen wir. Nehmen wir auf. Brauchen wir nicht. Wäre vorher besser gewesen, Silencer zu haben. Das ist der Kommandeur, ich bin sicher. Oh, gibt es hier zwei Panzer? Das gibt es doch gar nicht. Wird es denn hier auf einmal zwei Panzer? Frech. 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 Ohohohoho Ich, ich hänge fest, ich hänge fest, ich hänge fest, ohohoho Geht er überhaupt mal drauf? Ich würde mich eigentlich verarschen Die Waffe bringt mir ja gar nichts, die auch nicht Ohohoho Okay cool Ohohoho Ich bleib stehen Ich bleib stehen Schicke einen falschen Befehl. Wie schicke ich denn den falschen Befehl? Wir sind mal kurz vorhin, wo es ruhig ist. Oh. Hä? Okay, cool. Wie schicke ich denn den falschen Befehl? Kann mir jetzt mal einer sagen, wie ich hier den falschen Befehl schicke? Hm, damit geht es auch nicht schneller. Wenn man auf den Tank schießt, hätte ich mir fast denken können, dass da nichts passiert. Wie schicke ich denn jetzt den falschen Befehl? Achso, jetzt muss ich da vorne hin. Alles klar. Ein Schuss habe ich noch auf dieser Knarre. Erstmal ausrüsten. Jawohl. Granatos brauche ich. Warum steht hier ein Laptop? Ist kein Laptop. Das wäre es auch. Ich hätte ja gerne so einen Panzer gekapert. Dit wäre es gewesen. Alter. Ehrlich jetzt? Na, endlich meine Wumme. Ist da gerade ein Skorpion lang? Da hinten brennt der eine Panzer noch und der andere steht da unten. Die Beduinen schätzen ihre Pferde, da sie ihren Reitern eine beispiellose Schnelligkeit und Mobilität verliehen. So, und jetzt gehen wir zur nächsten Mission. Okay, hier, das war ja echt schön auf Arschhares Breite. Gucken wir uns mal das Waffenlager an. Vielleicht jetzt auch mal... Nein! Das ist nicht meine Art. Knallhart. Bang, bang. Alle kaputt machen. So, Vollgas. Vor den Säbel raus. Ich habe Glück gehabt, Arschloch. Oh, nochmal nachladen. Ah, falsche Taste. Ich höre doch hier, Typen. Als ob hier echt einer glaubt, dass ich es langsam angehen lasse. Also, klar, man kann das natürlich auch ganz anders spielen. Mir reicht das so. Nein, nicht die Taube. Wir setzen große Hoffnungen in Saras Fähigkeiten. Aber ich bin mir absolut sicher, dass sie Erfolg haben würde. Ah. Ende Gelände? Ende Gelände. Aber ich sollte mich hier nochmal mit neuer Muni einpacken. Wenn wir jetzt gleich nochmal in die Stadt da gehen. Hm. Vielleicht gar nicht verkehrt. Ein Sniper mit Schalli? Jawohl. Genau sowas will ich. Oh, das Tankabwehr-Ding. Da finden wir das da mit. Uhuhuhu. Sehr geil. Damit kann man Panzer einfach so killen. So. Schneller Fädchen. Chick, 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 tick, 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 tick. Warum sollte hier drüben die Ruine sein, wenn man sie nicht braucht? Oder da, der Wasserturm. Hm. So, dann wollen wir mal. Also, den haben wir gesehen. Äh, na gut, ist so ein Flammenheini, ne? Okay, es geht schon wieder los. Kann ich bitte erstmal kurz in Ruhe nachladen? Okay, der hat gesessen. Ah, fuck. Und dann in die Füße. Ich das hasse. Oh, komm schon. Da hinten ist der Feuerheini. Mal gucken, ob ich aus dieser Entfernung... Oh, ich weiß was. Wie? Der überlebt sowas. Das ist eine Panzerabwehr-Scheiße. Okay, drei Stück. Versuch was wert. So, auf zum Kommandeur. Mal gucken, ob ich da oben die Flaggen gerade erst aufdauern. War hier oben nicht der Kommandeur? Du kriegst auch die harte Waffe. Achso, dafür muss man sich auch immer hinlegen. Ich vergesse das. Spassi. Spassi. Wie ich sie hasse, diese Feuerheinis. Hey, aber ohne zu krepieren. Yay. Ah, so ein Wichser, oder? So ein Wichser. Was jetzt wieder mit dem Video losgeht. Ich das aber leider nicht pausieren kann. Dann mache ich ganz fix an und aus. Und wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein und bis dann. Ciao, ciao.